und damit ein herzlich willkommen zu meinem let's play faktorio hallo jack hallöchen so wo waren wir denn stehen geblieben ja gute frage nächste frage chaos beseitigen irgendwas erweitern keine ahnung chaos wir haben kein chaos ja gute frage also hier wir wollten motoren bauen motoren okay und ganz viel anderes zeug heute noch bauen ja wie immer ganz viel bauen 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 ja bauen muss man die müssen muss man ja nicht man kann nicht muss man aber forschung ist erst mal fertig ja ich bin schon dabei was neues auszuwählen so wir wollten ja das ganze zeug hier mit mit elektromotoren und mit den ganzen gedönt sich ja mal bauen ja wenn du sagst da war ja was war und wir wollten blaue prozessor einheiten also diese blauen platinen bauen ja da war ja was blaue also ich habe das gefühl sind lila aber ja auch so gucken wir doch erst mal wie wir diese motoren da bauen da habe ich ja da unten schon eine kleine produktion für die normalen diesel motoren oder was das sind für motoren hier verbrennungsmotoren genau was ist schließlich angestellt naja dein süppchen hier ja übergekocht ja schön was kannst du bald alleine auskochen auslöffeln dein süppchen so für elektromotoren brauchen wir schmierstoff und grüne schaltkreise die produzieren wir doch aber nicht wirklich viel denke ich die haben wir hier oben das funktioniert doch nicht wie wie soll man denn da schon wieder ein band von da oben bis da ganz nach unten legen nee tja lass dir was einfallen hier oben musste noch ein bisschen was bauen auf jeden fall ja mehr türme einer alleine schafft das nicht okay wo du jetzt oben meinst aber ich werde schon da wo es blinkt möglichst zeitnah hätte mich nicht also um ist kein gehzug hopp 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 wir sind hier in faktorio da wird gearbeitet nicht so voll industrienation weltweit hier nummer eins faktorio umweltverschmutzung genau die produktion muss laufen unserem chaos hier mal durchsehen ich weiß ja nicht wo ich jetzt hinweitscheln muss na nicht weit weg von mir da oben das heißt wir brauchen irgendwie diese platinen kann man denn das nicht irgendwie mit robotern fördern ich probiere das roboterzeug jetzt da mal aus na dann mach mal roboter letztendlich brauchen wir für die elektromotoren schmierstoff und verbrennungsmotoren genau das heißt wir versuchen jetzt mal irgendwie diese grünen platinen da nach unten zu bekommen ich baue mal so einen roboter hangar oh weia mal sehen ob das gut geht wenn ich mich an mein chaos mit den komischen öl und schmierstoffen und weiß ich was da unten erinnere ja roboter habe ich noch nicht getestet ich habe keinen plan wie das funktioniert ja wie immer ne kein plan naja irgendwo muss es ja herkommen genau huch was ist denn das ganz viel fläche welche farbe äh gelb orange grün oder was das sein könnte wo ist was wer ist innen wer ist außen ne wenn ich so einen roboter hangar bauen möchte ja dann habe ich einmal so einen orangenkreis oder viereck und einmal so ein grünes viereck ne was ist innen was ist außen außen ist grün ok na dann ist wahrscheinlich der orange bereich auf dem auf dem bereich wo der auf jeden fall von sich da irgendwie beliefern kann und grün keine ahnung ja keine ahnung genau ich stelle das jetzt einfach mal so dahin dann hat das ja jetzt hier platz roboter 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 muss ich jetzt roboter auch noch bauen oder sind die da schon drin wahrscheinlich musst du sie bauen logistik roboter da brauche ich flug roboter gestelle na dann für flug roboter gestelle brauche ich elektromotoren hahaha da war auch irgendwas ne ihr wollt mich doch veräppeln oder das heißt wir müssen das irgendwie anders machen per hand na dann viel spaß nö du legst hier grüne platinen runter und ich lege öl rüber nö ich such gerade erst mal unsere stein produktion die ist da ganz links wie immer ich renne hier schon die ganze zeit umher und find sie nicht blind wie ein maulwurf ganz links da wo du irgendwann mal eine mauer gebaut hattest irgendwann mal wo komme ich denn hier noch durch hier ist alles zu mit rohren so das heißt wir brauchen hier irgendwie für diese 100.000 wegstrecken brauchen wir einen flugzeug ja du kannst ein auto bauen ja wie ein ohne motor mit einem verbrennungsmotor das können wir schon bauen kannst ja mal testen so ein auto nee jetzt muss ich erstmal mauern verstärken hehehe so wo produzieren wir stahlträger äh an verschiedenen orten ich brauche welche am einfachsten hast du ganz unten so wo muss ich denn hin da runter muss ich irgendwo zack da ist schon wieder Ende die Hochöfen brauchen wir ganz schön lange bis sie was hergestellt haben ja kann man die irgendwie beschleunigen gibt es da schnellere Öfen nein das sind schon die hochmodernsten die sind aber langsam naja da muss ja erstmal Stahl geschmolzen werden das dauert ein bisschen bis das schmilzt ja dann muss man es heißer machen ja immer mach mal wenn es dir zu lange dauert dann musst du mehr davon bauen dann haben wir erstmal so den ganzen spaß dann haben wir doch hier schon mal meep 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 mh diese meep 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 geht mir auf den Nerven ja wir sollten vielleicht irgendwie mal aliens ausrotten gehen viel spaß dabei hehehe 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 so Eisenplatten sind mal kurzzeitig leer hehehe so Eisenplatten sind mal kurzzeitig leer Schmierstoff läuft jetzt schon mal da rüber zack Schmierstoff das müsste eigentlich alles funktionieren hier hehehe nein oder doch Schmier eh ist das doch zu weit ja das ist zu weit ach man so jetzt haben wir Schmierstoff ich lass mich durch so dann brauchen wir hier noch ein Stückchen Rohr zack dann brauchen wir ein Maschinen ein was? ein Maschinen ein Maschinen ok was auch immer das ist ein Maschinen ein Maschinen stellt Sachen her ok ich kenne zwar nur Maschinen aber auch gut jo ein Maschinen so Maschinen tust das machen so da haben wir erstmal genug drin das heißt die packen wir jetzt da rein und jetzt machen wir wo sind sie denn Elektromotoren dazu brauchen wir jetzt da oben den Anschluss fürs Öl hier brauchen wir den Anschluss zack 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 dann brauchen wir nur noch diese lustigen grünen Platinen hier unten seit wann sind Platinen lustig? jo jo seit jetzt ok die packe ich jetzt einfach mal per Hand da rein und dann könnten wir hier so machen und setzen den hier erstmal um zack und dann haben wir unseren ersten Elektromotor yeah Ed Funds nur noch nicht automatisch ok so und jetzt versuchen wir irgendwie mit diesen Robotern hier die grünen Platinen hier runter zu bekommen guck mal du wirst das hinkriegen äh kein Plan wie immer so ich weiß zwar jetzt nicht was der Unterschied ist zwischen diesen orangen und grünen Bereich aber wir werden es schon raus bekommen ja wie heißt das so schön ausprobieren geht über studieren jo so hast du mal noch einen Motor fertig hier Freunds-Schnürschuh zwei Stück bauen wir doch mal einen Flugroboter und das heißt ich müsste jetzt Logistikroboter bauen können Bauroboter brauchen wir jetzt nicht nee wir wollen ja nichts bauen wir wollen Logistik logistikieren du möchtest bitte was logistikieren äh ok was auch immer das ist dann brauchen wir ich weiß zwar nicht ob es richtig ist einfach mal logischerweise eine Anforderungskiste darunter passive Anbieterkiste stellt seinen Inhalt Anforderungskisten Baurobotern und dem Spieler zur Verfügung fordert Gegenstände vom Logistiksystem an ja Langzeitlager für das Logistiksystem ok dann machen wir mal hier eine Anforderungskiste wo auch schießen die denn jetzt schon wieder da wo es blinkt machen wir hier elektrisch 200 und einen Arm dann braucht der ganze Käse hier noch Strom ach Harry ob das funktioniert du wirst das schon hinbekommen ja ich mir auch so muss ich die Roboter jetzt da noch irgendwie reinstecken ja keine Ahnung verfügbare 2 die zirpen so schön machen die ok erinnert mich so ein bisschen an R2 D2 ok so und jetzt brauchen wir äh stellt passive Anbieterkiste was ist der Unterschied zwischen einer passiven Anbieterkiste und einer aktiven Anbieterkiste hm aktiv heißt für mich dass ich da was rausnehmen kann und passiv heißt nur reinlegen keine Ahnung ne Anbieter also die bieten ja irgendwas an diese Kisten aber was ist der Unterschied zwischen aktiven Anbieten und passiven Anbieten äh steht da nichts bei wenn er mit der Maus drauf geht nein stellt seinen Inhalt Anforderungskisten Baurobotern und dem Spieler zur Verfügung und das steht bei beiden dann musst du es austasten keine Ahnung juhu hm und das mal so und jetzt stellen wir da so eine passive Anbieterkiste hin kommt ihr Roboter holt's euch los nö machen sie nicht machen sie nicht wenn ich jetzt eine aktive Anbieterkiste dahin stelle tut sich da was anderes ich will das ich will das so zack komm ihr Roboter los holt's euch los hm die hören nicht merkst du ja 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 wie funktioniert das ich hab zwei Roboter drin die müssten ja was machen oder machen die jetzt nur in diesem orangenen Gebiet irgendwas was keine Ahnung ich verstehe es nicht und hier unten habe ich eine Anforderungskiste und die sollen 200 Schaltkreise hierher fördern ja das müsste passen da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher hm hm versuchen das jetzt mal ich nehme nochmal die Kiste da oben weg hm 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 die nehmen wir auch nochmal weg jetzt versuche ich das nochmal in diesem orangenen Gebiet ob da sich was anderes tut tun tutet tuten tuten oder nacht weg da wusstest du das nicht ne so wir bauen eine Anforderungskiste wir brauchen eine aktive Anbieterkiste anfordern tun wir 200 Platinen da legen wir Platinen rein und entfunzt na dann ist doch gut die machen das wirklich nur in diesem orangenen Gebiet ok das ist ja dämlich ne das ist zu klein da baue ich ja 5000 solche Roboterstationen so und wenn ich die jetzt wo ist meine Lagerkiste hä hab ich die nicht gerade aufgehoben keine Ahnung hier ich die jetzt hier her stelle und anfordern mach Platinen da machen die Schweine da machen die Schweine nichts da machen die Schweine nichts so wenn ich jetzt das so mach anfordern zack Platinen wo sind die da hin und wo sind da hin und die räumen jetzt diese aktive Anbieterkiste hier irgendwie aus genau aber warum nehmt ihr jetzt nur aus der aktiven und nicht aus der passiven Anbieterkiste was raus? tja aktiv heißt so dass so vielleicht die aktiv zu nutzen ist und passiv ist die steht einfach nur rum und ist voll ne das nehmen sie aus der passiven ne hä? was tut ihr? ja wieso was machen sie denn? hä? was? hä? ich verstehe den Weg nicht ich habe jetzt hier Platinen ich habe hier eine Anforderungskiste so ich habe hier eine aktive das ist schon mal logisch die nehmen das aus der aktiven und packen das in die Anforderungskiste wenn ich das jetzt in die passive Kiste packe dann kommt die Roboter nehmen das aus der passiven und packen das jetzt auch in die Anforderungskiste hä? grad sind sie anders geflogen ja musst du gucken welcher vielleicht geht es der Reihenfolge nach die aktive heißt die müssen sie vorrangig wahrscheinlich ähm entleeren und passiv heißt dann so nebenbei wenn die aktiven mal leer sind jetzt sind wir mal gemein jetzt nehmen wir mal denen da ein paar Platinen weg und packen die da rein ja jetzt fliegen sie zur aktiven und nicht mehr zur passiven naja also aktiv wenn aktiv voll ist das heißt das für diese komischen fliegenden Dinger da ich muss erst das leer machen und dann die passiven aber jetzt fliegen sie ja schon wieder zurück zur Stadt ach die laden sich auf die werden leer dann verstehe ich aber noch nicht den Sinn und Zweck des grünen Rahmens also die arbeiten ja nur im orangenen Rahmen vielleicht ist der grüne Rahmen übergreifend wenn du nochmal so eine komische Industriedingsbums da oder wie das Ding da hieß baust vielleicht zusammenhängend das heißt wenn ich das jetzt mal ganz da brauche ich eine Menge Schaltkreise wo seid ihr denn meine roten Platinen hey da ist leer wir haben keine roten Platinen mehr ok wieso weshalb warum was fehlt da Eisen wir haben kein Eisen mehr wir haben kein Eisen mehr hier oben kommt kein Eisen mehr an ganz wenig die ersten zwei Maschinen produzieren nur noch sind da unten schon wieder irgendwelche Eisenvorkommen leer keine Ahnung muss erstmal gucken wo was ist hier ist das halbe Band leer mit Eisen hier kommt hier laufen nur vier Hochöfe noch von der Produktionskette hier da läuft ja gar nichts mehr ist denn hier schon wieder defekt hast du da wieder was umgebaut ne weil da wenig am Fließband ankommt ja hier ist kein Eisen mehr auf der Kette hier auf der das sind nur noch 1,2,3,4,5,6,7,8 Erzförderer und die teilst du hier nochmal auf also kommen vier Erzförderer nur noch da unten für die ganzen Hochöfen an das ist zu wenig das funzt nicht warum wurde das überhaupt geteilt die eine Sache ist doch voll ne ne weil dann hier der erste Hochofen ja auch wieder kein Metall mehr hat das muss ja irgendwo daher gefördert werden und das hattest du jetzt umgelegt mit einem Teiler anscheinend ne ich habe es nicht umgelegt mit einem Teiler das hattest du produziert diesen Teiler den habe ich hier nicht hergesetzt weil ich habe Öl gebaut in den letzten Folgen du hast das Metall umgebaut ich habe es nur erweitert nicht umgebaut auf jeden Fall muss hier mehr Eisen rüber also kannst du ja nochmal umbauen und hier oben hast du auch umgebaut da läuft jetzt das Metall auf das Band hier drüben was ja eh schon voll ist und das Band hier wird nur noch von einem Erzförderer gespeist und da unten sind die ganzen Hochöfen auch aus da kommt auch fast kein Metall mehr also da unten musst du auch umbauen ja hei 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 deswegen haben wir kein Metall mehr deswegen haben wir keine Platinen mehr deswegen haben wir gar nichts mehr so das hier müssen wir ganz einfach erstmal umlegen weg da das mache ich ja kannst du machen ja was hast du jetzt da gebaut jetzt sehe ich nicht mehr durch ich habe einfach nur das Band hier hier rüber gelegt dass hier zumindest die Schmelzen schon mal wieder was zu tun haben und das Band hier kann weg du hast mein Plan durcheinander gebracht ich habe nur das Band nicht mehr hier rüber sondern hier runter wo es hingehört und das muss weg wo du jetzt wegreißt genau das muss komplett weg und hier hatte ich irgendeine Mine aufgehoben die setze ich dir einfach mal hier hin kannst du wieder bauen wo es hin möchtest die Valera möchte ich doch nicht immer meine Arbeit ein geh du da deine Hochöfen und weiß ich was ich kann nicht mehr bauen weil ich kein Metall mehr habe und bevor wir kein Metall haben kann ich nicht weiter bauen ich bin gerade stillgelegt jetzt kommt hier unten wieder ein bisschen mehr Metall an jetzt fehlt es nur noch auf der unteren Produktionskette da wo du es teilst das funktioniert hier auch nicht was du jetzt hier gebaut hast was denn hier der Teiler der ist sinnlos weil das linke Band ja schon voll ist das linke Band hier wird ja gefördert durch die Erzförderer und das rechte das ist leer also für mich ist das linke voll ja genau was nach unten geht und das teilt ab um das rechte mit aufzufüllen ja die rechte Hälfte des Bandes die ist ja komplett leer ja und den Teiler den du da jetzt hingebaut hast der füllt ja die linke Hälfte des Bandes das eh schon voll ist das heißt der Teiler teilt da quasi mehr oder weniger fast sinnlos geh du woanders ich werde mir da schon was einfallen lassen zisch weg ich kann nichts machen weil ich Metall brauche trotzdem zisch weg das ist meine Aufgabe ja dann mach wie soll ich denn da 45 Platinen zusammen bekommen wenn ich keine Produktion habe ahhhhhhhhh ich kann management ich kann mich nicht mehr so auf dem ich kann mich nicht mehr so zu füllen wie soll ich mir das noch mal Dann müssen wir den ganzen Spaß irgendwie mit der Hand produzieren. Mensch, 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 diese Aliens. Schieß sie weg. Was machen wir, Tötenchen? Ich stürme mich hier in meiner Meditation. Du sollst nicht meditieren, du sollst arbeiten. Ja, ich arbeite und muss hier mich konzentrieren. Ey, lass mich doch stehen, du blödes Band. So, na gut. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Schon wieder? Jo. Och nö, ich bin gerade so bei, so schön zu produzieren wieder. Kannst ja weiterbauen, wir nehmen dann einfach noch eine Folge auf. Okay, ausnahmsweise. Gut, ich verabschiede mich schon mal. Wenn es gefallen hat, lass ein Däumchen da und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Factorio wieder. Macht's gut. Tschüss.